Hallo und herzlich willkommen zu joinertrude.com, Christian und der Wachs. Hallo. Hallo. Ja, vorab, die letzte Folge, die könnte bei Christian, die ist bei mir abgeholt. Alles klar, ich bin da vorbei. It's unique content. Ja, passiert. Ja, aber auf jeden Fall eine krasse Folge. Mit Kiwi zum Schluss. Kiwi war schon echt krass. Ja, und jetzt versuchen wir einen Hammer zu gießen, falls die Ressourcen reichen. Ich kann noch ein bisschen was sammeln. Ja, sammeln müssen wir sowieso für drei Hammers. Oh, nein. WTF, was war das? Wo ist denn da los? Was ist denn da los? John Cena hat mich getötet. Alter, das war ohne Chance jetzt. Der kam angerannt. Eisenhammer reicht, ne? Ja, ja. Der kam angerannt. His name is John Cena. Da bin er auf Eis. Wie viel noch? Wie viel noch? Keine Ahnung. Ich bin da noch etwas черton. Oh, hola. Oh, hola. Oh, mein Schwert ist jetzt kaputt. Jetzt ist es kaputt, ja? wenn er guckt ob ich das reparieren kann, so wie es aussieht jetzt eigentlich ein Diamantenschwerd, aber es ist jetzt hier RIP Alter, was ist denn ein Monster? Äh, ich brauch... was? Ich brauche... ich brauche noch Schwerd, was? Was brauchst du? Ja, ich brauche... ich brauche Eisen Entschuldig Eisen, 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 äh... Okay Dann wäre so gesehen der Erste fertig Jetzt bin ich schon wieder gestornt Was? Ist schon wieder weg Ey, Buddy hör auf mit dem Scheid, ich bin froh, dass es nicht weg ist Ich hab noch zwei, also wär was zum Wohl Ich geh nochmal so ein Scheisschwerd raus gegen So So Haben wir, haben wir, haben wir Das noch anziehen, das noch anziehen Alter Schwede Oh, oh, oh Und kam irgendwas raus? Äh, Water, Drum Wir haben jetzt genug Wasser Ja, haben wir bereits schon mal Hä, wer schießt denn mit? Ja, da hinten so ein Spacket Ja, als ob du triffst, Alter Alter, was sind das für... was sind das für Spinnen? Was ist das für Spinnen? Alter Typer, die Spinnen Ja, nee Komm einfach in die Base Das ist ne Mother Cave Nein Oh, oh Ey, ich hab, ich bin echt... Ich hab noch zwei herzlich weg, äh, regenerieren wir nicht mehr Alter Mann, ey, warum haben wir irgendwie keinen Eingang hier, das ist so ätzend, ne? Ja Ne, ich brauch keinen Eingang, ich springe immer oben drüber Ja, du Aber wieder zubauen Äh, das ist jetzt offen, für Besuch Hörst du? Aua So, wie für... zu Besuch I a minute Oh, warte, ich muss das reparieren, lass das denn Scheiß Aber warum gibt's das denn schweren Ja, was kaputt ist, Alder Hä, warum regenerieren wir denn nicht mehr? Ja, keine Ahnung Ah, jetzt doch Aber ganz langsam. Aber ganz langsam. Wir regenerieren nur ganz langsam. So, ich suche weiter nach Eisen. His name is John Cena. Ja, pfff. Als ob der mich von da hinten sieht. Und von der hinten auf mich schieß und mich suft, Alter. Das ist krass, ne? Das ist von wegen, Alter. Ich brauche einen Bogen. Meine Bogens geht wieder auspacken, Alter. Viel Spaß. Der Bogen funktioniert... Der hat's beim Gehoffnung gemacht. Der hat's beim Gehoffnung gemacht. Das wird eng, oder? Das wird eng. Das wird so. So, da. Da, da. Da, da, da. Da, da. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da, da. mit eisenartig ist noch ja ich habe davon bekommen ich habe schon alle erste haben an mich schon fertig ja ich habe schon und Diamanten aber machen nee du musst immer sehen was du schmelzen kannst warum das zählen für ein Diamant na du blau hier ist noch mehr eisen ganz viele mushrooms Kupfer, Kupfer, hier drüben ist ganz viel eisen geil eisern? ich laufe gerade über die Oberfläche und sammle das ganze eisen nur weg weil der Vorteil ist ja ich habe ja Nightwischen also egal ob es gerade dunkel ist oder nicht ich sehe es trotzdem ja bei deiner Augen mal nicht so schlecht alter äh Familie Naturherz gegessen ne bist du voll ne war ich nicht ne es hat nicht mehr ansatzweise was gemacht ok das füllt normal auch mal neben auf ne hat es aber nicht oh sie habe in die Schmelze reingesprungen äh 17 eisen habe ich geholt ja dann wäre der erste haben wir schon fertig geil kriege ich den da an? äh wie nö um das nochmal äh Ding auf diesem nur noch ein bisschen Lauer aber so ist ja man auch machen das nur nix ne noch ist da genug ok also habe ich noch ein Lauerbuck ein Bucket einmal noch haben wir eigentlich ein Kisten System mit Barrels oder mit was? äh würde ich fast sagen Barrels und dann halt äh also natürlich für die vielen Sachen würde ich Barrels nehmen und dann für die nicht so vielen Sachen würde ich Ding nehmen äh äh normale Kisten haben wir eigentlich Jungle Sapling, das würde ich weiß äh irgendwo eher weil das Jungle wäre nämlich geil für die Dings für die äh weil die sind dann doch bisschen größ Bitch Sapling was dem 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 ja bock so so das war die Kartoffelbraten vielleicht brauche er ist abgült 3 abgült 4 machen für was hier für die Scheiß na da am meisten das 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 soll ich jetzt mit den ganzen Diamanten machen ja leg's halt in die Ding hier rein in die da bis mal irgendwo in meinen schlauen Taschen irgendwo die ist leer die Tasche »Nur Eisen drin« »Wie ? Den Orangenbom kann man nicht bauen ?« »Kann man nicht bauen ?« »Kann man nicht bauen ?« nicht aber ich hab's Baumele Repair-Material Iron mein Leben und mein Leben der Einzelhandel er ist so ein wer hat kein Witz und Abbau und Kanzler können die Kanarung abbauen Ja, aber vielleicht kriegt der ja mein Ding der Bild auf. Was ist denn möglich? Also ist Stingens das nächste Dimension, oder was? Die Dark, dann ja. Also das müssen wir uns selber erstellen, oder was? Ja. Sollen wir eigentlich schon bald hin, oder nicht? Wir brauchen halt tonnenweise Dings, ne? Mach ich doch, warte. Ich hab 4x Sektol Compressed Cobblestone. Ach so stimmt, den hast du ja auch schon gefunden. Ja, ja, ich bin gut, ne? Oh, hier Lava. Wie hießen das? Alter, braucht das Ding lange bis das levelt. Hm. Wie hieß denn das scheiß Portal? Äh, Deep Dark. Äh, ne, wenn ich suchen will, kommt nur Deep Storage raus. Okay. Ja, ähm, es kann auch sein, dass wir das nicht bauen können. Dass wir dann das irgendwann freigeschalten kriegen, äh, durch die Quests. Ja, aber trotzdem müsste es ja in der Dingens angezeigt werden. Im Ney. Nja, nicht unbedingt. Doch, muss es. Alles, was es gibt, muss im Ney angezeigt werden. Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Möglichkeit, da hinzukommen. Oh, das Slime-Dingen, Alter. Ich hau dich um, Alter. Naja. So. Ich bin direkt. Hallo. Hui. Also, das dauert ganz lange, den zu leveln. Ja, das ist der Nachbar daran. Hm. Gut. Was sagen nennste Questis? Ähm, Redstone Furnace. Redstone Furnace. Redstone Furnace. Redstone Furnace. Warum Lava? Don't Furnace. So. Wo kann man nochmal Lava reintun, für die komische Quest da? Also für welche Quests, buddy? Ähm, haben wir doch unten aufgebaut, dann müssen wir nochmal runter in die alte Welt laufen. Oh, noi. Aber, äh, wo willst du denn 8 Lava herholen? Ähm, wo willst du denn 8 Lava herholen? Ähm, hab mir doch unten aufgebaut, dann müssen wir nochmal runter in die alte Welt laufen. Mach mal in den Tunnel, wo ich gerade dran war, da hat's geblubbert. Hier, hier hinten ist auch Lava bei uns in der Base. Ja, aber das würde ich da lassen für den, für unsere Schmiede, oder? Weiß ich viel, weil aber das war, buddy. Ich hab ein, ein Bucket. Ja gut, wir brauchen das Gerät, ähm, das ist unten in der alten Base. Äh, komm ich da nochmal hin? Dann haben wir zufälligerweise Clay oder Bricks. Gut, Clay kann man sich selber herstellen auf Gravel und Waterpuppet. Wo wissen, mein? Denn was? Bojo. Ich hab wohl nicht draufklicken. Wenn du, komm mal, Basis. Hä? Ähm. Hä? Was? Petrochium Drum. Hat sie erledigt. Sehr doof. Zum Herzen, Molten Gold, Copper, Elektrum. Kann man nicht auch mit Elektrum? Hier drinnen. Vier Stück. Bäuterflüge. Pfff. 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 das kann man noch nicht machen. Was? Ich baue Eisen. Ich baue Eisen. Ja, Eis ist halt ganz schön mangelbar. Gibt's ja nicht eigentlich. Was noch ist ein Hammer? Was ist das denn? Oh lol. Ach du Schauer. Ist es bei euch so ein Garst? Ja. Ich bin gerade in der Welt. Da wird uns beschossen. Weil die ganze Base brennt. Gut, dass ich nicht zu Hause bin. Äh, tust du aber ne? Die du so gelebt hast. Naja. Wolle schon wieder weg. Das ist ein Questbuch. Schmiedert irgendeiner meiner Teile. Ey, ich sollst dann hier rankommen, alter. Hä? Das soll sein. Ja. Ja. Da werden unsere ganzen Bäume kugeln ab. Tod bin ich auch gleich. Ja. Weil sie schützt man auch einen Blätter. Ja. Äh, das ist mies, alter. ja ja die Krieg in Lager in den Scheiß gut der ersten muss werden wir haben bei dir ja die die fest auf die habe ich die Lava dann halt mit dem Buch rechts klicken habe ich ich habe gleich Halluzinationen alter ja und dann musst du einfach die Lava in das Ding umein machen habe ich ich habe Halluzinationen aber volle Kanäle wir bauen alle Lava in den Scheiß kann oder machen boah Alter das ist doch zum Kotzen diese Viecher du kommst aber da auch nicht ran du musst einfach zurückschießen wenn du dich beschießt ja hab ich doch die ganze Zeit gemacht das kannst du vergessen du kommst da nicht ran ja hier ist halt der Übergang warum geht die Scheißschmerzen nicht bring halt diese Scheißschmerzen mit hier hoch das geht schon ja jetzt gehe ich erst recht nicht muss mein Grab mein Grab ist weg überhaupt kann ich verschwinden ja du musst es ja sein wo bist du Stefan? dann hat er Zeit du hattest ein halbes Herz ohne strategische Pater ach man na gut dann würde ich mal sagen wenn es euch gefallen hat dann einen Daumen nach oben und wir sind wieder im nächsten Pfad bis dahin tschüh Tschüss.